Das ist wirklich eine düssere Prognose mit einem Funken Hoffnung. Die EU-Ziele zum Klimaschutz scheinen immer unerreichbarer. Jetzt zeigt eine Studie, dass sie nur noch unter der Voraussetzung zu schaffen sind, dass CSS zum Einsatz kommt, also Carbon Capture and Storage. Das ist die Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre und die anschließende Speicherung des CO2. Aber wie funktioniert das? Es gibt eine ganze Reihe von Verfahren, aber die haben Vor- und Nachteile. Aber ohne sie würden wir ein klimaneutrales Europa bis zum Jahr 2050 wohl kaum schaffen. Clixoom Science & Future, los geht's! Herzlich Willkommen! Clixoom Science & Future ist Teil der Bildungsinitiative von Fridays for Future. Unter dem Hashtag Wir bilden Zukunft findet ihr weitere spannende Inhalte. Hier unterm i geht es übrigens direkt zum Kanal von Fridays for Future mit zahlreichen Videos. Unbedingt abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Im Dezember 2015 haben sich 195 Länder auf ein allgemeines rechtsverbindliches und weltweites Klimaschutzübereinkommen geeinigt. Das war das Ergebnis der Pariser Weltklimakonferenz, die der längst überfällige Nachfolger des Kyoto-Protokolls von 1997 war und als großer Durchbruch gefeiert wurde. Der damalige US-Präsident Barack Obama sprach sogar von einem möglichen, Zitat, Wendepunkt für die Welt. Die fast 200 Länder hatten sich darauf geeinigt, den durch Treibhausgase verursachten Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Es wurde das 1,5-Grad-Ziel festgelegt, da es die Risiken und Folgen des Klimawandels deutlich vermindern würde. Innerhalb dieses Ziels ist das langfristige Ziel der EU ein klimaneutrales Europa bis zum Jahr 2050. Aber um die Treibhausgasneutralität tatsächlich zu erreichen, braucht es drastische Maßnahmen. Das zeigt jetzt die Studie Unkonventioneller Klimaschutz der Stiftung Wissenschaft und Politik. Deren Ergebnissen zufolge reichen konventionelle Klimaschutzmaßnahmen, die auf die Vermeidung von Emissionen abzielen, wie zum Beispiel erneuerbare Energien oder eine optimierte Energieeffizienz nicht aus, um das Ziel zu schaffen. Das ist laut der Autoren Oliver Geden und Felix Schenuit nur noch möglich, wenn hunderte Millionen Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt, also abgeschieden und gespeichert werden. Damit die Restemissionen aus dem Luftverkehr, der Stahl- und Zementindustrie sowie der Landwirtschaft ausgeglichen werden können, muss also CO2 in riesigen Mengen aus der Atmosphäre entnommen werden. Und das wäre eine vollkommen neue Marschrichtung in Sachen Klimaschutz. Denn damit geht die Menschheit einen entscheidenden Schritt und der ist wahrscheinlich wirklich nicht mehr aufzuhalten. Beginnt die Menschheit nämlich mit der aktiven Entnahme von CO2, wird sie damit dann in Zukunft zur Erschafferin des Klimas. Gelingt diese Herkulesaufgabe, wären in Zukunft doch ganz andere unglaubliche Dinge möglich. Doch wie fängt man das an? Wie ist es überhaupt möglich, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu holen? Es gibt eine ganze Reihe von Technologien und auch natürliche Wege. Allerdings ist das ziemlich tricky. Denn die meisten davon sind noch nicht ausgereift und bringen wiederum andere Probleme mit sich. Erste Option Aufforstung. Bäume betreiben wie alle grünen Pflanzen Photosynthese. Dabei findet über ihre Blätter ein Gasaustausch mit der Atmosphäre statt, bei dem die Bäume Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen. Das verarbeiten sie dann mit Hilfe von Lichtenergie zu Zucker. Denen nutzen Bäume als Energielieferanten für Stoffwechselprozesse beim Wachstum. Das Kohlendioxid wird so umgewandelt zu Blättern, Zweigen, Stielen, Blütenholz usw. Bei diesem komplexen Prozess entsteht als Abfallprodukt Sauerstoff, der freigesetzt wird und uns dann zum Atmen zur Verfügung steht. Da Bäume sozusagen die Luft vom Kohlenstoffdioxid reinigen, gilt die Aufforstung. Also das weltweite Pflanzen von Bäumen als eine der wirksamsten Methoden, das CO2-Problem in den Griff zu bekommen. Und wir Menschen wissen, wie das geht und haben damit eine Menge Erfahrung. Und sie hat weitere sehr positive Effekte. Denn mit neuen Waldflächen wird auch der natürliche Lebensraum für Tiere und andere Pflanzen vergrößert. Noch im letzten Jahr kam eine Studie der ETH Zürich zu dem Schluss, dass das Klimaziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, mithilfe einer globalen Aufforstung erreichbar sei. Dazu müsste aber eine Milliarde Hektar Land neu mit Bäumen bepflanzt werden, denn die Bäume brauchen viel Platz und das dauerhaft. Diese Fläche entspricht etwa der Fläche der gesamten USA. Und zudem geraten Wälder durch die höheren Temperaturen immer mehr in Klimastress und können das CO2 nicht mehr dauerhaft halten, sondern geben es ab, zum Beispiel durch Waldbrände. Und da die Umsetzung zudem nicht so ganz einfach ist – ich meine die ganzen USA – werden also weitere Optionen gebraucht. Und das sind technologische Möglichkeiten. Eine davon ist die Versteinerung von Kohlenstoffdioxid. Das Projekt CarbFix2 ist eine Gemeinschaftsarbeit der Universität Island, des Schweizer Unternehmens Climeworks, das übrigens ein Start-up von zwei deutschen Ingenieuren ist, und des Energieversorgers Reykjavik Energy. Und das Projekt hat eine weltweit einzigartige Anlage auf der isländischen Hochebene Hetli Sevi Energie erbaut. Darin wird Kohlendioxid aus der Umgebungsluft gefiltert und mit Wasser vermengt, das dann in hunderte Meter Tiefe gepumpt wird. Dort mineralisieren die Gase im Gestein und werden dauerhaft gespeichert. Allerdings verbraucht die Anlage noch sehr viel Energie und das aufwändige Verfahren ist recht teuer. Außerdem bekommt es bisher nur ein paar Dutzend Tonnen CO2 unter die Erde. Aber es sind bereits deutlich größere Anlagen in Planung, die jährlich bis zu 3000 Tonnen CO2 anlagern sollen. Fachleute setzen große Hoffnungen in solche Anlagen, aber 3000 Tonnen pro Jahr sind immer noch nur ein Bruchteil der globalen jährlichen CO2-Emissionen von rund 37 Milliarden Tonnen. Eine weitere Technologie ist es, Bioenergie zu produzieren und CO2 unter die Erde zu leiten. Bioenergie with Carbon Capture and Sequestration, kurz BECCS, ist ein Verfahren, bei dem Biomasse in Kraftwerken zu Strom verfeuert und in Fabriken zu Treibstoffen umgewandelt wird. Bei der Verbrennung oder Gärung entsteht Kohlendioxid, das abgeschieden und unter die Erde geleitet wird. Die so produzierte Energie kann genutzt werden und die Treibhausgasbilanz ist trotzdem negativ, weil die Pflanzen zuvor der Umwelt CO2 entnommen haben. Also Biomasse ist ja nichts anderes als Pflanzen, Bäume und so weiter. Aber auch hier gibt es einige Nachteile. So wird eine gewaltige Fläche an Ackerland benötigt, um die Pflanzen anzubauen. Möchte man eine Einsparung von 3,3 Milliarden Tonnen CO2 im Jahr erreichen, werden dafür drei bis sieben Millionen Quadratkilometer benötigt, um die entsprechende Menge an Energiepflanzen anzubauen. Das ist nochmal etwa ein Fünftel der heutigen globalen Ackerflächen. Außerdem wären die benötigten Wassermengen immens und es gäbe einen enormen Verbrauch an Düngemitteln. Dazu kommt, dass die großen unterirdischen Lagerstätten für das CO2 schwer durchsetzbar sind und auf politischen Widerstand stoßen, besonders hierzulande, wo der Bundesrat einen groß angelegten Test für eine solche Speicherung schon vor Jahren unterbunden hat. Letztlich also kaum praktikabel. Auch die nächste Technik ist nicht perfekt, hat aber enormes Potenzial. Es gibt bestimmte Gesteine wie Basalt oder Dunit, die CO2 binden, wenn sie verwittern. Diesen Prozess möchten Forschende beschleunigen, indem sie das Gestein zu Pulver malen und weiträumig verstreuen. So könnten theoretisch allein durch Mineralienpulver jährlich an die 5 Milliarden Tonnen Kohlendioxid gebunden werden. Aber eben nur theoretisch. Denn um das zu schaffen, müsste über das Dreifache der aktuellen Menge Basalt gefördert werden. Und nicht nur das, es bräuchte einen massiven Energieeinsatz, um es zu zermahlen, über die ganze Welt zu transportieren und schließlich zu verteilen. Wegen der hohen Kosten kann die Witterungsbeschleunigung also nur einen kleineren zusätzlichen Beitrag leisten. Aber es gibt auch eine sehr naheliegende Lösung, CO2 aus der Luft zu filtern. Das Start-up Climeworks hat dafür Kollektoren entwickelt, die CO2 aus der aufgesaugten Umgebungsluft filtern. Die Luft strömt durch einen Zellulose-Filter, Zellulose wird wie Papier aus Holz gewonnen, der mit Aminen getränkt ist, das sind chemische Stoffe, die das CO2 binden. Diese Filter könnte man überall auf der Welt aufstellen und sie sind pro Quadratmeter benötigter Fläche effizienter als Bäume. Aber auch diese Anlagen bräuchten Energie in großen Mengen und das macht den Prozess sehr teuer. Eine Tonne CO2 würde dementsprechend mindestens 500 Euro kosten. Boah, das ist wirklich eine Menge. Außerdem bleibt die Frage, wohin mit dem Kohlenstoffdioxid eine unterirdische Einlagerung birgt Konflikte und wenn man daraus synthetischen Treibstoff gewinnt, gelangt das Klimagas ja wieder zurück in die Atmosphäre. Also weiter im Text. Eine weitere Methode könnten die Landwirte weltweit einsetzen, um die Klimabilanz der Landwirtschaft zu verbessern. Wenn in großem Maßstab auf das Umflügen von Feldern verzichtet und der Ackerboden für die Aussaat nur angeritzt würde, könnte sich Humus in der obersten Bodenschicht anreichern und mehr Kohlenstoff speichern. Positive Nebeneffekte sind dabei, dass weniger Kraftstoff durch Traktorfahrten verbraucht wird und das Risiko für eine Bodenerosion verkleinert wird. So ließen sich europaweit jährlich 200 Millionen Tonnen CO2 immerhin im Boden festhalten. Das entspricht aber nicht einmal 5 Prozent der EU-Emissionen, kann also alleine nicht das Klima retten. Mal ganz davon abgesehen, dass es wohl schwierig wird, Millionen von Bauern dazu zu bewegen, auf das Flügen zu verzichten. Aber immerhin ein Weg. Demnächst gibt es bei uns übrigens ein längeres Video zur Zukunft der Landwirtschaft. Die könnte nämlich schon bald ganz anders genannt werden. Kleiner Spoiler, das dann in meinem Buch per Aufzug in den Weltraum ab Oktober in jeder guten Buchhandlung. Neben den Methoden an Land und in der Luft kann auch im Wasser CO2 gebunden werden. Phytoplankton, das sind winzige Algen, können im Meer große Mengen an Kohlendioxid in Sauerstoff umwandeln. Düngt man diese kleinen Lebewesen in bestimmten Regionen mit Eisensulfatpartikeln, kann man ihr Wachstum und damit ihre Umwandlungsquote erhöhen. Nach dem Absterben sinken die Algen mit den Abbauprodukten in die Tiefe, der gebundene Kohlenstoff würde also auch nicht so schnell zurück an die Atmosphäre gelangen. Das ist bislang aber nur die Theorie, denn bisher konnte kein Experiment die deutliche Steigerung der CO2-Speicherung nachweisen. Außerdem sind die Auswirkungen auf die Ökosysteme nur schwer vorherzusagen. Also, einige der Technologien stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung und sind bisher schnell an ihre Grenzen gestoßen. Es ist absehbar, dass es am Ende vermutlich nicht die eine Methode sein wird, mit der das Klimaziel erreicht werden kann, sondern eine Kombination aus mehreren Technologien und natürlichen Arten der CO2-Abscheidung. Aber, dass wir ohne solche Lösungen gar nicht mehr auskommen, meint auch die Expertin Sabine Fuß. Die Klimaforscherin des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, die auch als Professorin an der Berliner Humboldt-Universität lehrt, war Leitautorin für den Sonderbericht des Weltklimarats zur 1,5 Grad-Grenze. Sie sagt, Zitat, wir haben kein einziges Szenario gefunden, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ohne CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Sie betont, um wenigstens das 2-Grad-Ziel zu erreichen, Zitat, müsste es nun eine abrupte Kehrtwende und deutliche Veränderung unseres Lebensstils geben. Je länger wir damit warten, desto abhängiger machen wir uns von CO2-Entnahmetechnologien. Oliver Geden, der Autor der aktuellen Studie, hat eine noch schlechtere Prognose, Zitat, wir werden das verbleibende CO2-Budget überziehen, für 1,5 Grad und später wohl auch für 2 Grad und danach werden wir immer noch Treibhausgase emittieren. Dann gibt es nur einen Weg, die Klimaziele zu erreichen, das CO2 wieder herauszuholen. Negative Emissionen scheinen also der einzige Weg aus der Klimakrise zu sein und sie werden mit Sicherheit noch für Diskussionen innerhalb der EU sorgen. Da gibt es schließlich Klimavorreiter und Nachzügler unter den Mitgliedsstaaten. Wenn zum Beispiel Polen, das immer noch auf fossile Energieträger setzt, eingeräumt wird, mit seinen Emissionen bis 2050 noch über der Nulllinie zu liegen, dann müssten andere Staaten wie Deutschland, Frankreich oder Schweden der Atmosphäre mehr CO2 entnehmen, als sie selbst noch an Treibhausgasen ausstoßen, um das auszugleichen. Da sind Konflikte vorprogrammiert. In den meisten Ländern gibt es noch nicht mal eine Strategie für den systematischen Aufbau von CO2-Entnahmetechnologien. Nur Frankreich bildet eine Ausnahme und hat zumindest schon angekündigt, solche Technologien einzusetzen. Hierzulande in Deutschland gibt es sogar massive Widerstände gegen die Abtrennung und Speicherung von CO2 unter der Erdoberfläche. Entsprechende Entscheidungen des Bundesrats scheinen eine dauerhafte Treibhausgasneutralität unmöglich zu machen. Nun, Corona hat der Politik ja jetzt einige Entscheidungen aus der Hand genommen. Der Flugverkehr ist nahezu zum Erliegen gekommen. Es gibt insgesamt weniger Geschäftsreisen. Videokonferenzen gehen nämlich auch ziemlich gut. Und darin sehe ich eine riesige Perspektive und wahrscheinlich ist dieser Weg jetzt auch unausweichlich. Wenn wir diese Technologien jetzt entwickeln, um das Klima zu beeinflussen, dann lernen wir erstens, wie wir zum Beispiel den Mars bewohnbar machen können, aber auch wie hier auf der Erde auf natürliche Klimaveränderungen reagiert werden kann, die unsere Existenz bedrohen. Der Ausbruch eines Supervulkans würde dann vielleicht seinen Schrecken verlieren und wir könnten einen anschließenden Vulkanwinter verhindern. Wir bilden Zukunft, die Bildungsinitiative von Fridays for Future. Ich war dort auf dem Kanal zu Gast. Also anklicken und das Video anschauen, warum wir auf die Wissenschaft hören müssen. Und Fridays for Future hier auf YouTube unbedingt abonnieren. Bis dann. Bleibt dran. Bleibt dran. Bis dann.